Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kartellmarkt aktuell, Folge Nummer 89, jetzt hier mittlerweile in der zweiten Septemberhälfte. Wir nähern uns dann auch immer weiter dem Update 6.0. Wir werden heute auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, über das, was gerade auf dem PTS so passiert, die neuesten Änderungen. Und dann habe ich noch zwei kleine Artikel, die ich euch empfehlen kann, wo man auf jeden Fall mal reinschauen kann, was vielleicht ganz interessant ist für 6.0 eben auch. Ich würde sagen, wir fangen gleich einfach an mit dem, was auf dem PTS gerade passiert. Eine ganz interessante Sache und zwar die Tatsache, dass jetzt auf dem PTS die Lockouts für die Story-Mode-Operationen runtergesetzt sind von einer Woche bis zum jeweiligen Dienstag auf 24 Stunden. Das heißt, man kann alle 24 Stunden jede Operation einmal machen. Das gilt für alle Story-Mode-Operationen, nicht im H10, nicht im Nightmare, sondern nur für den Story-Mode. Das ist angekündigt worden, das heißt, man kann die Operationen einfach öfter machen. Ganz interessante Sache, man muss also nicht immer warten bis zum darauf folgenden Dienstag, um mit demselben Charakter nochmal die Operation zu machen, sondern man kann das eben jeden Abend beispielsweise machen. Und damit haben wir die Möglichkeit, da natürlich auch wesentlich mehr Gier eben zu sammeln. Und das ist eine ganz interessante Änderung. Teilweise hieß es, sie sollen ganz entfernt werden. Jetzt haben sie es auf 24 Stunden geändert, global für alles. Und ja, mal schauen, wie das wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Und sie haben noch ein paar Änderungen, wenn wir schon bei den Operationen sind, an der neuen gebracht auf Duxun. Haben da eben ein paar Sachen angepasst, dass das dann ein bisschen besser funktioniert im Großen und Ganzen. Und eben so ein paar Fehler mit rausgebessert. Da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Wir werden die fertige Operation dann möglichst gut funktionierend eben am Release-Day dann auch spielen können. Und dann sollte das passen. Aber wie gesagt, diese Sache mit den Lockouts, also mit den Sperren, die man normalerweise oder bis jetzt halt bekommen hat, bis zum nächsten Dienstag, die werden jetzt eben runtergesetzt auf 24 Stunden. Sehr interessante Sache. Finde ich sehr cool. Ja, und dann haben wir zwei, die zwei angesprochenen Artikel. Und das ist sehr interessant auch. Das ist, ich kann die euch auch noch einstellen, Seite mmobits.com ist leider auf Englisch, okay. Aber kann man sich ja übersetzen, beziehungsweise wer Englisch kann, kann das natürlich auch durchlesen. Der erste Artikel nennt sich Gearing Will Make or Break Game Update 6.0. Und sehr interessanter Titel schon mal. Also das heißt, das neue Gearing-System, wie man an Ausrüstung kommt, wird das Update 6.0 entweder zu einem richtig guten Update machen oder zu einem richtig schlechten. Und da ist so ein bisschen zusammengefasst, wie das Gearing-System anfangs aussah oder wie das jetzt aktuell aussieht, wo man was herbekommt. Das können wir zum Beispiel einfach mal durchgehen in 6.0. Wie wird das Ganze sein? Das ist natürlich alles noch vorerst auf dem PTS nur der Fall. Wie das tatsächlich dann im 6.0 Update tatsächlich aussieht, das kann sich noch ein bisschen verändern. Aber zum Beispiel aus dem PvP. Wenn wir aus den Unranked und aus den Ranked Weeklies bekommen wir eine zufällige Loot-Kiste. Da ist also irgendein Teil drin, was natürlich zugeschnitten ist auf unsere Disziplin und auf das, was wir gerade spielen. Und sich auch daran orientiert, was wir denn für, äh, für Gear aktuell brauchen. Wenn wir die Dailies machen, also für die Weeklies kriegen wir eine Kiste. Für die Dailies kriegen wir ebenfalls eine Kiste. Und auch für das, ähm, Gewinnen eines Spiels werden wir eine Kiste bekommen. Da können natürlich dann auch Mods drin sein. Das ist nicht unbedingt immer Gear, aber wir kriegen dadurch eben in diesen Kisten immer wieder Sachen, die aber auf uns zugeschnitten sind. Also nichts, was wir irgendwie wegschmeißen können, sondern wirklich was, was auf uns zugeschnitten ist. Das kann also mal eine Relikt-Kiste sein, das kann eine Mod-Kiste sein, das kann eine Mainhand-Kiste sein. Das sind verschiedenste Sachen. Es wird uns aber auf jeden Fall etwas bringen als Spieler. Außerdem, wenn wir die, wenn wir Spiele abschließen, bekommen wir diese Tag-Fragmente. So, das, da bekommen wir natürlich mehr, wenn wir das Spiel gewinnen. Sollte klar sein. Und mit denen können wir uns dann eben weitere Gear-Sachen kaufen. Wenn wir statt PvP in Operationen unterwegs sind, dann bekommen wir an jedem Boss Tag-Fragmente. Jeder Boss droppt, ähm, ein bisschen Gear für die gesamte Gruppe. Und jeder Boss droppt persönliches, persönlichen Loot. Das heißt, wir bekommen, jeder Spieler bekommt etwas für sich. Jeder Spieler bekommt Tag-Fragmente. Und es gibt etwas, wo die gesamte Gruppe drauf rollen kann, was dann eben verwürfelt wird. In Flashpoints ist es ähnlich. Tag-Fragmente gibt es bei jedem Boss. Gruppen-Loot gibt es, ähm, bei jedem Boss für mindestens einen. Und jeder Boss gibt eben den persönlichen Loot. Ja. Also auch beim Flashpoint eine kleinere Version der Operation. Da bekommen wir natürlich nicht ganz so viel. Und wahrscheinlich auch nicht so gutes Gear oder nicht so den Fortschritt machendes Gear wie in der Operation. Als Beispiel kann natürlich auch sich noch ein bisschen ändern. Im Konquest bekommen wir auch was. Wenn wir unser persönliches Ziel abschließen, dann bekommen wir auch wieder eine Zufallskiste, wo Gear drin ist, was auf uns zugeschnitten ist und was uns weiterhilft. Und wir bekommen auch für die Gilden, für das Gildenziel auch eine Kiste. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit unserer Gilde das wöchentliche Ziel abzuschließen, bekommen wir dafür auch eine Kiste. Das heißt, man kann sich komplett breit aufstellen. Man macht ein bisschen PvP, ein bisschen Operationen, parallel die Eroberung natürlich, ein paar Flashpoints und man kriegt eigentlich in einer Woche schon ziemlich viel zugeschmissen. Womit man natürlich auch vorankommt. Dann haben wir in den Dailies natürlich was ähnliches. Die Onderon Weekly gibt uns Tag-Fragmente und eine Ausrüstungskiste mit zufälligen Modifikationen. Genauso die Patrol Daily, also wo wir die fünf Dailies machen müssen, gibt uns Tag-Fragmente und eine Modifikationskiste. Das heißt, auch aus den Dailies, das ist jetzt hier nur für Onderon aufgelistet, aber ich denke mal, dass wir dann auch für die anderen Daily-Gebiete eben Belohnungen kriegen werden. Und mit den Tag-Fragmenten können wir eben an drei verschiedenen Händlern dann die verschiedensten Sachen einkaufen. Da haben wir zum einen Kai Seiken, den kennen wir ja schon und der ist nur einmal die Woche da. Ja, der wird also nur am Wochenende da sein, irgendwann Freitagnachmittag auftauchen und dann Montagfrüh oder Sonntagabend wieder verschwinden. Und dann haben wir am Wochenende eben die Chance, unsere gesammelten Tag-Fragmente dort auszugeben. Der hat auch nicht immer alles bei, sondern immer nur ein Teil seiner Auswahl. So haben wir jede Woche etwas anderes da, was wir vielleicht einkaufen können oder vielleicht auch mal in einer Woche nichts haben, was für uns da ist. Dann wird es weiterhin den Spoils of War Gear Vendor geben, wo wir irgendeine Gearbox kaufen können, wo dann ein zufälliges Item drin ist, was aber auf unsere Disziplin zugeschnitten ist und auch uns etwas bringt. Außerdem kriegen wir da diese Modifikationskisten her. Und dann gibt es noch diese Händler, die jetzt auch relativ neu sind noch auf dem PTS, wo wir eben direkt die Setboni-Hüllen kaufen können und auch taktische Items. Die sind dann vielleicht natürlich, die Setboni sind dann vom, also die Hüllen nur, da sind keine Mods drin, die muss man sich selber reinbauen. Die taktischen Items sind halt auch immer da. Meinte gibt es dann vielleicht aber wirklich bloß bei Kai Seiken, der nur ab und zu mal da ist. Das heißt, wir haben eine sehr breite Möglichkeit hier oder sehr verschiedene Möglichkeiten, die Tag-Fragmente zu sammeln, verschiedene Gear-Sachen zu sammeln und dann eben entsprechend auch auszugeben. Wie gesagt, das ist alles bis jetzt nur PTS. Das heißt, es könnte auch sich noch ein bisschen was verändern. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, wird es dabei bleiben. Wo besteht jetzt die Kritik an dem gesamten System? Weshalb es heißen, entweder ist dieses System sozusagen der Untergang oder der Segen für das Update 6.0. Naja, wir haben sehr viel Zufall drin. Zufallskisten hier, Zufallskisten da, Zufallskisten sonst wo. Und da hat Piper natürlich gesagt, ja, mit dieser Zufälligkeit, da können wir natürlich mit umgehen, indem wir Systeme einbauen, die verhindern, dass man irgendwie so eine Pechsträhne bekommt. Gut, okay, wäre nicht notwendig, solche aufwendigen Systeme dafür einzubauen, wenn man einfach grundsätzlich sagt, kein RNG oder ganz wenig RNG nur nebenbei. Okay, so wie es bis jetzt war, war es ja so, man hat sich eine Währung verdient, konnte sich mit dieser Währung hier kaufen. Und dann hat man zufällig aus den Kisten eben noch ein paar Sachen gekriegt, die man eventuell auch noch brauchte. Man konnte aber alles sich auch erspielen. Und hier haben wir jetzt halt wirklich für alles kriegen wir diese Zufallskisten. Und wir können die Zufallskisten auch noch kaufen. Und wenn wir viel von der Währung haben und viel Geld übrig haben, dann können wir uns auch Sachen direkt kaufen. Das ist allerdings nur unterstützend, mehr oder weniger. Das heißt, das ganze System scheint irgendwie ein bisschen umgedreht zu sein. So, und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele verschiedene taktische Items es gibt, alleine jede Disziplin hat ja drei bis vier Stück. Dann gibt es die für die Klassen im Allgemeinen und dann gibt es die ganz allgemeinen. Und wie viele verschiedene Setboni es mittlerweile gibt. Also diese sogenannte horizontale Progression, dieser horizontale Fortschritt. Es ist einfach, dass man wirklich mal zwei oder drei Sachen zusammenbekommt, dass man den Setbonus vollständig hat. Alleine über dieses Zufallsprinzip ist, glaube ich, da muss man schon sehr viel Glück haben oder halt extrem viel spielen. Okay, klar, aber das kann natürlich auch nicht jeder. Also die Sache, dass man einfach so viel Zufälligkeit mit drin hat, ist natürlich auch ein bisschen ermüdend, das gesamte System für die Spieler. Dann kommt noch hinzu, dass es von einem Typ Modifikationen verschiedenste Ausführungen gibt. Zum Beispiel gibt es die Lethal Mod, die Tödlichkeitsmodifikation 306. Da gibt es heute schon, auf dem PTS hat man verschiedenste, insgesamt zwölf verschiedene Varianten bekommen, wie denn der Primärstart, also Beherrschung und Angriffskraft verteilt sind. Ja, das heißt, es variiert, Angriffskraft zum Beispiel variiert von 275 bis 465. Natürlich möchte man möglichst viel davon, aber die Tatsache, dass man das nicht unbedingt immer bekommt, beziehungsweise dass dahinter im Endeffekt ein Zufallsgenerator steckt, macht das Ganze, gerade wenn man in Richtung Nightmare geht und seinen Gear wirklich idealisieren will, perfektionieren will, zu einem tatsächlichen Nightmare, zu einem Albtraum, an der Stelle da sich auch nur ansatzweise in eine Richtung von perfektem Gear zu bewegen. Und dann gibt es ein paar Empfehlungen, die hier in dem Artikel mit drin stehen. Und das eine ist eine Sache, die ich, oder das erste ist eine Sache, die ich sofort unterschreiben könnte. Man hat es gesehen in den PTS-Videos, wir haben aus den Flashpoints und auch in den Operationen, haben wir Gear bekommen, was nicht modifizierbar war. Das heißt, wir bekommen anfangs die 260er, 270er Sachen, sind alle nicht modifizierbar. Das ist wie, wenn man auf Level 1 anfängt, auf Korribanen, bekommt man Sachen, die haben einfach feste Stats und gut ist. Und wenn man etwas findet, was bessere Stats hat, dann nimmt man das. Und irgendwann kommt dann eben das modifizierbare Gear hinzu, wo man sagen kann, ich habe hier aber eine bessere Modifikation und dieselbe setze ich jetzt ein. Oder ich tausche die Armierung aus. Ja, das ist jetzt hier, ist das genau wieder dasselbe. Die 270er Sachen, 276 auch noch, teilweise auch noch ein bisschen höher, 278, sind halt einfach mal nicht modifizierbar. Das heißt, das gilt auch für die Waffen und das macht es einfach sinnlos, da an der Stelle dann die Modifikationskisten zu sammeln. Weil wir haben ja kein Gear, was wir modifizieren können. Das heißt, es sollte definitiv nochmal ein bisschen erhöht werden, dass möglichst alles eigentlich modifizierbar ist. Dann die verschiedenen, was ich eben gerade davor erklärt hatte, diese verschiedenen Variationen einer einzelnen Modifikation, die sollten reduziert werden. Da gibt es vielleicht zwei Versionen, eine mit mehr Beherrschung und eine mit mehr Angriffskraft. Fertig. Damit hat man die Wahl, geht man mehr auf Beherrschung oder geht man mehr auf Angriffskraft. Je nachdem, wie man es vielleicht persönlich vorzieht. So und dann, natürlich Crafting ist auch noch eine Sache, da kann man sich auch Sachen herstellen, aber dann vielleicht noch eine Variante einfügen, wo man eine Modifikation oder wo man generell Modifikationen direkt kaufen kann und nicht über eine Zufallskiste bekommt. Weil man da nicht unbedingt die Modifikationen oder die Armierung oder die Verbesserung rausbekommt, die man vielleicht gerade noch braucht. Weil einfach auch als DD ist einfach die Variation an Verbesserungen, die man beispielsweise bräuchte, variiert ja von Crit über Schnelligkeit bis hin zu Präzision und dann vielleicht auch noch in verschiedenen Verteilungen. Bisschen schwierig, da das Ganze nur über ein Zufallssystem zu machen. Dann sollten vielleicht die Operationsbosse auch Setboni direkt droppen. Ja, dass man also wirklich eine Set-Hülle bekommt, die für irgendjemanden in der Gruppe eben zugeschnitten ist oder auch für alle machbar ist vielleicht, sodass eben man auch den Operationen, was ja doch der etwas höhere Content ist, auch ein bisschen Set-Teile wieder rausbekommt, was bis jetzt ja auch immer der Fall war. Auch ein interessanter Vorschlag, der hier drin steht, Add RNG Lootboxes für die Operation Weeklys. Das heißt, jede Operation hat ja auch eine Weekly-Quest und dass wir sozusagen aus dieser Weekly-Quest auch noch eine Kiste bekommen, eine Zufallskiste. Das ist natürlich auch immer noch Zufall, aber wir haben damit mehr Zufallskisten und damit bekommt man natürlich auch eine etwas höhere Chance, tatsächlich etwas zu bekommen, was man braucht. Und dann natürlich, das ist eine Sache, da muss man natürlich schauen, aber Increased Tag Fragments Earned From Our Sources, also mehr Tag-Fragmente aus allen Quellen, wobei das natürlich so eine Sache ist, denn auf der einen Seite werden dann die anderen Sachen vielleicht teurer, auf der anderen Seite, es gibt aktuell ein Cap von 3000 und das ist natürlich auch relativ wenig. Damit kann man maximal zwei Items kaufen bei Kai'Saiken, zum Beispiel. Auch ein bisschen schwierig. Das heißt, es gibt hier ein paar Vorschläge, wie man es vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte, damit es tatsächlich ein System wird, wo wirklich alle mit was anfangen können. Dass es wesentlich komplexer wird, ist, denke ich mal, steht nicht zur Frage, nicht zur Diskussion. Das ist deutlich zu sehen, dass wir hier ein deutlich komplexeres System haben, was natürlich für Wiederkehrer, für Neueinsteiger ein sehr schwieriges Thema ist. Aber ich denke mal, da wird man sich über die Zeit auch wieder reinfuchsen und dann wird das auch funktionieren, aber Grundlage dafür ist natürlich ein System, was funktioniert und was auch für alle Spieler funktioniert und nicht nur für eine Gruppe. Und ja, werden wir sehen, wie es läuft. Vielleicht ändern sich dann noch ein paar Sachen. Ansonsten wird es dann entweder noch in diesem Jahr oder spätestens zu Beginn des neuen Jahres dann etliche Fixes geben, wie das System dann angepasst wird. Wir haben es ja beim Galaktischen Kommando auch gesehen. Es hat nicht lang gedauert. Da waren die Anpassungen des Galaktischen Kommandos und des Gearing-Systems damals für 4.0 bzw. 5.0 dann doch wieder fix angepasst, sodass man aus den Operationen zum Beispiel auch wieder Loot rausbekommen hat. Wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Sehr kritisches Thema, wie gesagt. Und es gibt noch einen zweiten Artikel, den ich euch kurz präsentieren wollte. Und zwar, wie können wir uns idealerweise auf 6.0 vorbereiten. Und da denke ich mal, werde ich auch dann kurz vor 6.0 nochmal ein einzelnes Video machen. Ich wollte es aber hier nochmal sagen, schon mal sagen, dass also im Zentrum steht, behaltet eure Credits, wie ihr könnt. Ja, 6.0 wird sehr teuer werden. Das heißt, das Ausbauen von Modifikationen wird teuer. Ja, Crafting-Materialien werden kosten. Augment-Slots, also Aufwertungen werden kosten. Die Amplifier, wenn wir die neu rollen wollen, diese Verstärker auf den Teilen, die werden kosten. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir da auf jeden Fall Credits parat haben. Und auch sollten wir unseren Java-Müll behalten. Denn mit diesem Java-Schrott, den man eben aus den Kisten aktuell bekommt, werden wir Crewfähigkeitsmaterialien kaufen können, womit wir dann die neuen Crafting-Sachen, also die neuen Gear-Sachen craften können und auch andere Sachen. Und dementsprechend ist es relativ wichtig, dass wir da den Java-Schrott vielleicht noch da haben. Dann sollten wir unsere Kommando-Tokens loswerden. Denn es gibt eine offizielle Conversion-Rate. Und zwar gibt es für jedes Kommando-Token, was wir für 6.0 oder bei 6.0 beim Release übrig haben, bekommen wir 5 Credits. Das ist jetzt nicht viel. Das heißt, wenn wir 3000 Stück haben, was also das Maximum ist, mal 5, dann kriegen wir da 15.000 Credits. Das ist nicht doll. Das heißt, an der Stelle ausgeben. Woran? Naja, am besten in diese CXP-Boosts. Ja, das heißt, in diese Boosts, die wir auf der Flotte kaufen können, die wir auch aus den Kisten bekommen. Denn die werden wir weiter nutzen können. Die werden dann zukünftig auch stacken. Das heißt, dann haben wir einen Stapel von, weiß ich, 30, 40 CXP-Boosts. Die können wir einsetzen und die werden natürlich weiter auch funktionieren. Und die werden uns dann als mehr Renown, also mehr Ruhmpunkte geben. Und damit werden wir schneller durch dieses Ruhmsystem durchleveln und bekommen natürlich auch häufiger die Kisten daraus. Also dementsprechend wirklich ausgeben, nicht übrig behalten. Das bringt nichts. Und das Ganze gilt auch für die Unassembled Components, also für die zerlegten Komponenten. Sie werden nicht mehr ausgebbar sein. Also es gibt keine Händler mehr, wo man das Ganze ausgeben kann. Es gibt allerdings auch noch keine offizielle Umwandlungsrate, ob das in Credits umgewandelt wird. Kann natürlich sein, dass das passiert, aber man wird da auch keine Tausenden von Credits rauskriegen, sondern es wird ähnlich verhalten wie bei den Kommando Tokens. Das heißt, wir bleiben am Ende auf recht wenig Sitzen. Das heißt, wirklich alles Mögliche machen und ausgeben, nicht übrig behalten. Das bringt am Ende einfach nichts. Ja, das ist im Endeffekt so in einer groben Zusammenfassung das, was als Vorbereitung für 6.0 zu empfehlen ist. Alles andere werden wir dann kurz vor dem Update nochmal durchsprechen, was man vielleicht noch machen sollte und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über und wechseln hier ins Spiel hinein und schauen mal nach, was wir hier so schönes noch zu finden haben. Zum einen haben wir natürlich auch wieder hier eine Weekly Quest, acht Medaillen aus den PvP-Events in einem einzelnen Spiel und wir bekommen so einen schönen gelben Masterwork Data Crystal oder fachmännischen Datenkristall. Das ist hier unsere wöchentliche Quest und wir haben natürlich auch wieder ein Eroberungs-Event, mit der Schreckenskrieg, The Dread War. Wir dürfen also wieder sowohl Dread Fortress als auch Dread Palace als Operation machen. Scum and Villainy steht hier auch mit drin, Belsavis, Oricon, Oricon-kritische Missionen sind natürlich auch mit dabei und dementsprechend haben wir hier einiges zu tun, was natürlich mit Belsavis, Oricon, Rishi zu tun hat und können viel machen. Nächste Woche ist schon wieder Pirate Incursion, wie angekündigt haben wir das Event jetzt häufiger, also noch direkt noch ein zweites Mal, damit wir die Möglichkeit haben, hier eben entsprechend die Erfolge auch noch zu sammeln dafür, bevor wir dann in 6.0 wieder abgelenkt sind mit anderen Sachen. Nehmt da auf jeden Fall wieder daran teil. Es gab auch jetzt am vergangenen Wochenende ein Video von mir, wo nochmal ein Achievement gezeigt wurde, was nur während des Events machbar ist. Dementsprechend habt ihr da nächste Woche dann auch nochmal die Möglichkeit dazu, das zu erledigen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hoch aufs Gehirnschiff, sehen uns dort wieder. Tja, hier sind wir angekommen. In der letzten Woche haben wir ja gesehen, da ist die erste Stufe des großen galaktischen Sales, des Ausverkaufs gestartet. Diese Woche ist die zweite Stufe natürlich aktiv und dementsprechend haben wir jetzt zwei neue Sachen. Letzte Woche, wenn wir uns zurückerinnern, hatten wir die Characterslots und die Charactertransfers, die uns hier jetzt ein bisschen rabattiert angeboten werden. Und in dieser Woche kommen noch alle Color Crystals dazu. Da müssen wir mal gucken. Item Modifications. Hier sehen wir überall 40% reduziert. Das heißt, überall statt 500, 300. Das heißt, alle Varianten, alle Farben, die es hier so gibt, alle um 40% reduziert. Gibt natürlich auch ein paar Kristalle, die noch billiger sind, nur 180 zum Beispiel. Gibt auch ein paar, die trotzdem noch teurer sind. Mal durchgehen, mal schauen, ob wir da was finden. Ja, hier ist gerade was. Hier der White Black Indestructible zum Beispiel, 1320 statt irgendwie 2200, sehen wir hier auf der rechten Seite gerade. Also 40% auf alle Farbkristalle. Und auch haben wir auf die, ich denke mal das bei Unlocks drin, auf die Appearance Options ebenfalls einen Rabatt drauf. Wobei, ich glaube, dass wir das nur an einer Appearance Mod Station sehen. Aber wir können hier einfach mal was verändern. Discounts steht hier drin. Da sehen wir es unten. Subscriber Discount. Okay. Im Allgemeinen sollten allerdings die Appearance Options, also die Optionen beim Aussehen, um 50% im Allgemeinen reduziert sein. Und das gilt für alle. Das heißt, nicht nur für Subscriber oder Abonnenten, auch wenn das jetzt gerade drin steht. Das heißt, für diese Woche Color Crystals, Farbkristalle 40% reduziert und alle Anpassungen des Aussehens um 50% reduziert. Wir kommen hier also relativ billig bei weg, wenn wir uns ein neues Aussehen gestalten wollen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die Möglichkeit besteht, dass ihr das Ganze nutzt. Und nächste Woche haben wir dann wieder zwei Sachen oder wieder eine Sache, je nachdem, mal schauen, die uns dann ein bisschen was rabattiert anbietet. Und dann haben wir zusätzlich zu dem, was wir jetzt schon haben, noch mehr Optionen an verschiedensten Stellen Geld zu sparen. Wir machen trotzdem den Kartellmarkt wieder auf. Wir wollen ja hier auf die erste Seite. Schauen mal rein. Fallen Defenders Armor Set. Kenne ich gar nicht. Sagt mir gar nichts. Ist das neu oder wo ist das her? Hier haben wir also ein Set lange schwarze Robe mit rotem Rand. Dann haben wir leider nur aufgemalt. So richtig 3D ist das nicht. Ähm, so eine gerippte Brustplatte, schwarze, ja, so Leggings oder was, so ein bisschen gerüstete Schuhe. Und das Ganze ist das Fallen Defenders Armor Set. Und wir schauen auch hier natürlich mal rein in die Färbung und schauen hier mal nach. Okay, also bei der Hose der rote Streifen bleibt erhalten. Beim Umhang bei der Robe wird das Rot zu sekundärem Weiß. Wenn wir das Ganze hier mal gleich umdrehen. Wo haben wir es? Da ist es. Andersrum machen, dann wird die ganze Robe Weiß. Auch die Hose. Allerdings der rote Streifen bleibt weiterhin erhalten. Und hier an der Seite die schwarzen Ränder sind natürlich weiterhin sekundär gefärbt. Die Mitte bleibt, glaube ich, auch erhalten. Die färbt sich auch nicht. Wenn wir hier das mal an- und ausschalten, seht ihr das. Diese gerippte Brustplatte bleibt wirklich in der Farbe, wie sie ist. Eigentlich ganz schön. Wie gesagt, diese Brustplatte ist ein bisschen komisch, dass sie nicht mitfärbt. Das hätte ich ganz gut gefunden. Aber gut, denn halt nicht. Zahlen wir aktuell 500 statt 1000 für. Also relativ billig tatsächlich. Für 50% Reduktion kann man das durchaus machen. Wer gefällt, wem das gefällt, gefallen dran hat. Ist bloß noch eine Stunde aktiv. Also wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich sowieso weg. Aber falls ihr Chance habt, an das Ding anzukommen, wäre vielleicht was als simple Sache. Revert Masters Amor Set, denke ich mal, recht bekannt. Klassisches Jedi Set. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Ist relativ bekannt. Relativ alt auch schon. Das heißt, klassische hellbraun, dunkelbraune Roben. Und ja, 1080. Also 25% reduziert jetzt gerade. Kann man vielleicht auch mitnehmen. Obsidian Squad Bundle brauchen wir nicht drüber reden. Das haben wir letzte Woche auch gehabt. Juvenile Turtle für 120 kriegen wir ein kleines Jungtier. Eine Jungtierschildkröte, die tatsächlich aber schon relativ groß ist. Und die läuft uns dann fleißig hinterher. Wobei die Beine ab und zu mal durch die Platte, die sie oben drauf hat, durchbacken. Aber gut, mein Gott. Fällt bestimmt nicht auf im Weiteren. Ja, schönes kleines Tier. 120 zahlen wir dafür statt 240. Vielleicht ein ganz gutes Angebot. Und hier ist dann auch nochmal als 40% Reduktion der Weiß-Schwarz-Kristall drin. Ähm, da müssen wir uns natürlich mal wieder ein Lichtschwert besorgen. Wo wir das Ganze anschauen können. Show Items. Das nehmen wir. Und dann previewen wir das Ganze mal. Weiß-Schwarz. Ne, das ist glattweiß, glaube ich. Oder war es weiß-schwar? Ne, ist glattweiß. Glattweißer Lichtschwert-Kristall für 1320 statt 2200. Der hier ist jetzt der mit Krit. Aber, wie wir gerade gesehen haben, alle Kristalle sind aktuell 40% reduziert. Also auch die beiden anderen Versionen davon bekommen wir entsprechend verbilligt. Ja, das ist es für diese Woche. Ich würde mal ganz kurz einen Blick in die Dekorationen werfen, ob sich da was getan hat. Wobei das hier relativ ruhig ist aktuell. Wir haben ja auch gerade ein paar andere Sachen, die hier im Sale sind. Also der Fokus liegt ja doch auf anderen Sachen. Mal schauen. Mit 6.0 gibt es dann sicherlich neue Dekorationen. Wird dann nämlich auch Zeit. Die eine oder andere Sache ist jetzt schon ein bisschen älter. dementsprechend können wir uns darauf dann freuen. Gut, dann würde ich sagen, ist es das gewesen für diese Woche. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Freue mich über sämtliche Kommentare unten drunter. Feedback, Anmerkungen etc. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Theodor Lor und ich bin raus. Tschüssi.